Wie gestalte ich eine digitale Hochschullehrung? Wichtig ist zunächst, dass Sie sich von der Idee verabschieden, dass Ihre Seminare in Online-Umgebungen einfach genauso funktionieren wie in Offline-Umgebungen und dass Sie vor allem dieselbe Menge an Stoff in diesen Seminaren verhandeln und behandeln können. Sie müssen in Online-Umgebungen neu denken und Ihre Lehre neu strukturieren. Dafür etabliert und eingeführt ist ein Modell des sogenannten Flipped Classrooms oder Inverted Classrooms, also des umgedrehten Klassenzimmers. Ich möchte hier einen Blog-Eintrag zeigen von 2012. Also das Ganze ist jetzt acht Jahre her, in dem es darum geht, wie man mit dieser Methode hochschuldidaktisch arbeiten kann. Damals gab es dafür noch keine Notwendigkeit, sondern Menschen wie zum Beispiel Christian Spannagel oder Jürgen Handke haben sich auf den Weg gemacht, darüber nachzudenken, wie man digitale Medien in die traditionelle Hochschullehrung integrieren kann. Und vielleicht ganz kurz dazu, um Ihnen das zu illustrieren. Es gibt im Wesentlichen eine Zweiteilung des Flipped Classrooms. Den Artikel verlinke ich nachher in den Kommentaren. Nämlich, dass es erstmal so etwas gibt wie eine Einführung. Und diese Einführung wird normalerweise mittels eines Videos gelöst. Dann gibt es in einer Präsenzphase, die man hier in diesem Fall traditionellerweise in einem Seminar oder in einer Vorlesung dachte, eine Übung. Und ergänzend dazu, das sei auch gleich gesagt, so etwas wie eine Evaluation, also eine Auswertung dieser Übung und auch ein Gespräch darüber. Das Ganze hier zeige ich gleich noch einmal in einem Video, wenn Sie sich das hier vergegenwärtigen wollen. Ich verlinke dieses Video auch direkt in dem Kommentarbereich. Dem Ganzen liegt die Idee zugrunde, das Plänum zu aktivieren. Hier mit Grafiken von Oliver Tacke. Ich schalte jetzt mal hier den Ton ab und lasse das Video nebenbei laufen. Nämlich, dass man versucht, Studierende, die passiv in Seminaren sitzen und sich nicht an Seminardiskussionen beteiligen, dazu zu bringen, Gegenstände miteinander auszutauschen und dann gemeinsam kollaborativ zu einem relevanten Gegenstand für das Seminar zu machen. Das Ganze habe ich hier in diesen Kursen so gestaltet, dass wir mit einer Einführung, also mit einem Screencast und der entsprechenden Lektüre die Präsenzlehre vorbereitet haben, dann in einem weiteren Schritt in der ersten Sitzung des Inverted Classrooms das Ganze geübt haben und in einem zweiten Schritt der zweiten Präsenzsitzung diese Ergebnisse gesichert haben und das Relevante noch einmal zusammenfassen. Das ist also so ein typischer Dreischritt, den ich Ihnen für die Seminarumgebungen empfehle. Und jetzt klingt das noch relativ abstrakt, deswegen war ich so frei, etwas vorzubereiten. Und Sie sehen schon, ich arbeite in den Google-Umgebungen, weil ich mich da auch sehr wohl fühle. Jetzt vielleicht das mal ganz kurz einen Überblick überein. Ich ziehe das mal ein bisschen auf, mal sehen, ob das funktioniert. Natürlich nicht. Mal sehen, ob das so geht. Ja. Also vielleicht ganz kurz diese Übersicht, die ich hier mal angefertigt habe, mit den Tools, die wir verwendet haben. Sie sehen hier ein Seminar mit insgesamt 14 Wochen. Die 14. Woche blende ich jetzt mal aus. Die ist nicht so relevant. Und ich habe Ihnen sowohl die Online-Präsenzphasen markiert, als auch die Offline-Phasen, die Sie vorbereiten sollten. Und Sie sehen hier, haben wir eine Einführung. Die sollten Sie zum Beispiel mit einer Videokonferenz realisieren. Und dann bereits ein Lernvideo oder Lehrvideo mit einer bestimmten Aufgabenstellung, das Sie mit OBS oder mit LOMO produzieren. Oder mit LUM, muss das heißen. Ja, das kann man mal schnell hier, haben wir das irgendwo drin? Nein. Mit UBS und LUM realisieren. Dann haben Sie eine Phase zum Beispiel in einer Matrix-Gruppe mit einem entsprechenden Video-Chat und mit einem Konferenz-Tool, dass Sie diese Aufgabe besprechen für diejenigen, die diese Unterstützung brauchen. Diese Präsenzphase sollte tatsächlich zur Zeit des Seminars stattfinden. Also um Studierenden auch klarzumachen, dass das Ganze nicht im freien Raum stattfindet. Dann werden Lösungen eingesendet. Dafür würde ich zum Beispiel entweder Formulare benutzen, also ich arbeite mit Microsoft Forms oder mit Google Forms. dann können Sie in einer weiteren Konferenz-Schaltung oder im Chat diese Ergebnisse besprechen und würden weitergehen mit dem nächsten Lernvideo. So, dass man sagen kann, hier sehen Sie bis zur siebten Sitzung, läuft genau dieser erste Teil des Semesters so, dass wir das Aussetzen der Präsenzlehre überbrücken können, indem wir digitale Hilfsmöglichkeiten zur Verfügung stellen. Sie sehen aber auch, dass Sie nicht in jeder Situation auf eine Konferenz-Schaltung setzen müssen, sondern sich durchaus auch mal mit einem Chat begnügen können, je nachdem, wie die Lernergruppe agiert. Und wechseln Sie hier zwischen den Situationen, die Sie gebrauchen können. Und was Sie aber auch sehen, verzichten Sie bitte darauf, Ihre Inhalte in einer Präsenzsituation zu präsentieren, sondern produzieren Sie die auf Konserve und schieben Sie die asynchron auf die Studierendenseite. Das heißt, geben Sie Studierenden immer die Möglichkeit, aus der Konserve Lerninhalte zu wiederholen. Vielleicht ganz kurz was zur Länge. Wer auf meinen YouTube-Kanälen unterwegs ist, wird sehen, dass ich die Vorlesungen einfach in der vollen Länge, also 90 Minuten lang gestreamt habe. Das ist kein optimales Format für Seminare. Für Seminare sollten Sie bitte entweder 40-Minuten-Videos, das ist das Maximum, 40-Minuten-Videos einplanen. Besser noch sind zweimal 20 Minuten. Also das heißt, gehen Sie nicht über diese Zeit hinaus. Wir werden sehen, 20 Minuten, wenn Sie monologisieren, sind lang genug. Damit bekommen Sie auch nicht alle Inhalte wieder, sondern Sie sollten tatsächlich eher darauf orientieren, dass Sie sich auf die Kernbotschaften konzentrieren. Genau, den zweiten Teil des Seminars, jetzt mal in der Voraussetzung, dass wir über das ganze Sommersemester digitalen richten werden, wonach es, wenn man die Zeichen richtig deuten mag, fast aussieht. Hier haben Sie die Möglichkeit, natürlich auch Studierende in den Online-Umgebungen, in den Konferenzen präsentieren zu lassen. Sie können dann die anderen Studierenden protokollieren, dokumentieren lassen, können hierfür wiederum Forms oder auch Blog-Einträge, also Blogs benutzen. Wie Sie einen Blog aufsetzen, das zeige ich Ihnen nicht. Das googeln Sie bitte selbst und richten sich darauf ein, dass Sie auf WordPress zum Beispiel arbeiten und können dann wiederum in Konferenz oder Chat das Ganze besprechen, bevor Sie dann zur nächsten Präsentation gehen. Das Entscheidende zeige ich am Schluss in einer Abschlusskonferenz. Tatsächlich ist es so, dass Sie da dokumentieren sollten, was Sie in dem Seminar erreicht haben. Vielleicht ganz kurz ist es anders, als es normalerweise üblich ist in der akademischen Lehre. Sie sollten Seminare und Vorlesungen vom Ende her denken. Das hilft bei strategischen Entscheidungen immer, dass man sich ganz klar formuliert, was sollen Studierende aus diesem Semester mitnehmen. Und diese Punkte, es sollten nicht mehr als drei sein, formulieren Sie bitte ganz am Anfang explizit und setzen das als Zielstellung für die Studierenden aus, damit sie eine Aufgabe vor sich haben, die Sie auch längerfristig im Selbststudium verfolgen können. Also das heißt, denken Sie nicht von Sitzung zu Sitzung, sondern denken Sie vom Ende her, was sollen Studierende mit aus diesem Seminar nehmen, um das Sommersemester als für sich erfolgreich abbuchen können. Das nächste ist, bleiben Sie in Kontakt mit Ihren Studierenden. Sichern Sie zum Beispiel, das Wichtigste in den Konferenzen ist, dass Sie sich austauschen, dass Sie miteinander kommunizieren und dass Sie auch immer den Studierenden die Gelegenheit geben, Feedback zu geben, ob Sie mit der Methode einverstanden sind und dazu Fragen haben. Dann kann das ein sehr schönes Sommersemester werden oder ein sehr schönes Sommersemester. Also dann kann diese digitale Lehre für Sie als ein Erfolg werden, wenn Sie die Studierenden zeitnah mitnehmen und Ihnen die Gelegenheit geben, sich offline, Sie sehen das hier, also asynchron, erstens in Lerninhalte einzuarbeiten und zweitens bestimmte Ergebnisse zu präsentieren und zu dokumentieren. Das ist sehr, sehr wichtig. Gehen Sie nicht allein auf die Online- und Online-Phasen, sondern planen Sie eher mit den Zwischenzeiten. Das ist vielleicht ein erster Tipp. Hier nochmal ganz kurz auch nochmal der Link zu diesem Video, zu dem Modell des Flipped Classrooms. Das werde ich verlinken. Ich werde diesen Artikel verlinken und wer von Ihnen sich zum Thema Flipped oder in Word Classroom einlesen möchte, der sei, Moment, jetzt muss ich mal schnell schauen, Dunkelmunkel-Blog von Christian Spannagel. Sie sehen auch einen WordPress-Blog. Schauen Sie sich hier durch mit vielen Empfehlungen auch im Madnat-Bereich. Das muss ich nicht explizieren. Und Sie sehen, er ist hier auf WordPress. Ich bin auf WordPress und habe ein eigenes Blog für die Professur. Warum? Wenn ich das nicht gemacht hätte, ich bin von der Universität Kiel nach Dresden gekommen, könnte ich das ganze Material, was ich seit 2012 aufgezeichnet habe, nicht mehr verwenden. Denn es läge dann dort in einem abgeschlossenen System und hätte mühsam von dort wiederum transferiert werden müssen in das nächste geschlossene System. Überlegen Sie sich also bitte gut, welche Inhalte Sie geschlossen auf Opal zur Verfügung stellen und welche Sie möglicherweise öffnen. Deswegen vielleicht ganz kurz noch ein Sprung zum Thema Open Educational Resources. Wenn Sie Ihre Materialien für das Seminar öffentlich präsentieren, dann sollte es so sein, dass Sie im besten Fall quelloffen und als Open Educational Resource verfügbar sind. Und dafür würde ich Ihnen ganz gern zum Schluss noch einen Artikel zeigen, oder einen Workshop zeigen, der genau das zum Inhalt hat. und ich würde... Moment, da. Den habe ich zusammen mit Michael Wohlgemuth ausgestaltet von der SLUB. Und diese Präsentation, die ich auch gerne im Kommentarbereich unter diesem Video verlinke, geht es zunächst erstmal um Erfahrungen, die wir mit Open Access und Open Educational Resources gemacht haben. Und zwar mit einer Zeitschrift der ZAS. Und dann zur Frage, warum wir Open Access favorisieren sollten. Denn das ist die elementare Voraussetzung dafür, dass wir über Digitalisierung in der Lehre reden können. Sie könnten dieses Video im Übrigen gerade nicht sehen, wenn mir das egal wäre. Also insofern setzen Sie sich das für sich bitte ein und um, dass Sie darüber nachdenken, welche Lehreinhalte Sie tatsächlich in der Öffentlichkeit präsent machen oder nicht. Ich gehe das jetzt nicht im Einzelnen durch. Ich möchte Ihnen nur sagen, dass es für alle Fragen, die Sie in der Forschung und Lehre interessieren, gute Antworten gibt, mit denen Sie arbeiten können. und gute Tools gibt und gute Begründungen, warum Sie diese Tools verwenden sollten in der Lehre und warum Sie das einsetzen sollten. Und das würde ich ganz gern Ihnen weitergeben und komme hier eigentlich mal zu dem zentralen Thema, wenn Sie nämlich darüber nachdenken, warum Sie Ihre Ergebnisse und Lehrinhalte sichtbar machen sollten. Vielleicht so viel, wenn Sie Ihre Inhalte frei dokumentieren, frei verfügbar machen, dann stellen Sie die bitte unter die Creative Commons Lizenz und da gibt es ja relativ viel Unsicherheit, wie man das Ganze, unter welcher Lizenz man das Ganze stellen sollte. Ich empfehle Ihnen hier die Creative Commons Lizenz bei, also mit Namensnennung und Sharealike. Das heißt, dass Sie, wenn die Materialien geteilt werden sollen, müssen die unter den gleichen Bedingungen geteilt werden. Ich möchte Ihnen explizit davon abraten, non-commercial, Ihre Inhalte als non-commercial zu flecken. Warum? Wenn Sie das tun, ist ein Sharing über kommerzielle Plattformen wie YouTube, Twitter, Facebook und so weiter schon mal extrem problematisch, weil diese Plattformen selbst kommerziell sind. Also, wenn Sie Rechtssicherheit wollen, dann würde ich Ihnen tatsächlich davon abraten, in non-commercial, Ihre Daten nicht als non-commercial zu flecken, sondern bestenfalls in CC BY SA. Gut, das vielleicht ganz kurz an dieser Stelle, also sagen wir so kurz zusammengefasst, wenn Sie unterrichten in dem Seminarbereich, finden Sie eine gute Balance zwischen Offline- und Online-Arbeitsphasen, geben Sie klare Anweisungen, denken Sie vom Ende her, formulieren Sie drei zentrale Aspekte für Ihr Seminar, die das für Studierende relevant sein sollen, versuchen Sie vorzuplanen, hier in diesem Bereich sieht man das nochmal, versuchen Sie Lernvideos auf Konserve zu produzieren, versuchen Sie Konferenzen-Chats so einzusetzen, dass Sie vor allen Dingen die Möglichkeit haben, sich mit Studierenden auszutauschen und diese nicht dafür missbrauchen, um Inhalte zu transportieren, denn das können Sie vorher in anderen Formen machen. Und orientieren Sie sich bitte darauf, dass es tatsächlich viele Fragen und Probleme geben wird, die Sie hier in diesen Konferenzen-Chats besprechen müssen, die auch die Universität als soziale Gemeinschaft, als zwischenmenschlich relevante Gemeinschaft ausstellen. Das heißt, hier pflegen Sie auch empathisch soziale Kontakte. Und das ist den Studierenden besonders wichtig, es ist anzunehmen, dass in dieser Phase, in die wir gerade eintreten, der zwischenmenschliche Austausch eine große Rolle spielen wird. Und geben Sie dem Raum und verschwenden Sie es nicht für die Vermittlung von Lernmaterial. Die Lernvideos sollten 40 Minuten maximal umfassen an den Universitäten, besser sind 2x20 Slots. Und damit, glaube ich, habe ich zunächst erstmal alles für die Lehre gesagt. Und, ja genau, deswegen war der Schlenker ganz zum Schluss wichtig, überlegen Sie sich, was Sie davon in geschlossenen Plattformen präsentieren. Denken Sie eher in Richtung Open Access und Open Educational Resource. Gut, das soll es von meiner Seite gewesen sein. Hier mit dieser ganz kurzen Präsentation und dem Ausstellen, wie man so ein Seminar gliedern kann. Ich hoffe, dass das eine Hilfe war und wir uns schon bald wiedersehen mit dem nächsten kurzen Video. Ich habe auch schon so eine Idee, in welche Richtung das jetzt in naher Zukunft laufen wird. Also, auf bald! Trälle auf bald! Das war bald! Alles ist mein cher Untertitel Untertitelung des ZDF, 2020